Hallo Youtube, ich bin zu deinem Master Sammler, wo es geht ab und heute ist mal was passiert in der Bahn, ja, es gibt ja leise Durchsprecher, sagen halt so Ja hallo, ähm, der nächste Zug fährt dein Ja und mir ist so heute passiert, ja zum Beispiel, ich bin in die Bahn gefahren, bin ins Essen einmal und hab Musik gehabt, ja Und dann, dann, dann schreibt die da in der Bahn da so, ja bitte setze sich den, den, den Wohnschutz auf, bitte, Dankeschön Also was soll das, das, das war urlaut Ja bitte setze sich den, den Wohnschutz auf, bitte, das soll das Aber nicht das Titel so aufsetzen, nein, aber bei uns ja, aber ich wollte das loswerden, weil Weil der so laut war, das ist, war unglaublich, bitte setze sich den Wohnschutz auf, bitte zur Sicherheit des Volkes Ja genau, das war urlaut, hörst? Unglaublich, ich mag's laut, halt ja nicht Disc und Musik hören, aber nicht, ja, ich bin schuldig trotzdem, was, und dann, bis zum nächsten Mal Und Tschüss